Helene Fischer und Thomas Seidel, sie wagen den nächsten Schritt. Jetzt ist es raus. Erst im Dezember vergangenen Jahres ließen Helene Fischer und Thomas Seidel ihre Beziehungsbombe platzen und verkündeten, dass sie ineinander eine neue Liebe fürs Leben gefunden haben. Nun die nächsten Hermanos. Huch, das ging aber schnell. Obwohl Helene Fischer und Thomas Seidel erst seit knapp zwei Monaten liiert sind, scheint es mit ihrer Liebe so ernst zu sein, dass sie nun den nächsten Schritt gewagt haben. Helene Fischer und Thomas Seidel, private Details enthüllt. Helene ist sich scheinbar mit ihrem Thomas absolut sicher. Dies zeigt zumindest die neuste Enthüllung über das Paar. Wie nämlich nun der Vater von Thomas berichtet. Habe Helene mit seinem Sohn den nächsten Beziehungsschritt gewagt, indem sie Thomas ihre Eltern vorgestellt haben soll. Was für eine Sensation. Doch wie sieht es mit Thomas' Familie aus? Konnten auch sie die Schlagerkönigin bereits persönlich kennenlernen? Helene und Thomas, kennst sie seine Eltern? Obwohl Thomas bereits in den Genuss kam, Helenes Eltern Maria und Peter Fischer sowie ihre Schwester kennenzulernen, hatte Helene noch nicht die Zeit, um auch die Familie von Thomas zu treffen. So erklärt der Vater von Thomas gegenüber dem Darmstädte Eko weiter, dass er leider noch nicht die Möglichkeit hatte, Helene zu treffen. Wann es wohl zu der ersten Familienzusammenführung kommen wird? Wir können gespannt sein. Wanns